Guck mal, wie ihr das macht. Guck zu, wie ihr die kämpfen. Nicht, wie die da machen. Guck mal, man macht auch Low-Kicks, ja? Siehst du, das ist das? Da darfst du auch mit Oberschenkel, aber ihr nicht, weil ihr keine Schuhe habt. Das sind auch Kettyschuhe, oder? Nein, ja.